Diese junge Dame wird uns in dieser Reihe beschäftigen. Von Anfang an die Spielweise und Skillung eines Jägers. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Jägerlehrer in Orgrimma. Wir lernen für Level 74. Ich war zwischendurch schon mal kurz für Level 71 lernen. Den tödlichen Schuss, zuverlässigen Schuss, Raptorstoß und die Sprengfalle, weil ich unbedingt die Sprengfalle, noch die Erweiterung, die Verbesserung gebraucht habe. Aber wie gesagt, das alles, was wir jetzt hier sehen, das können wir ja zusammen lernen. Und dann machen wir das mal. Wie geht's denn so, Mann? Der Lehrer unseres Vertrauens. Haltet euch vom Voodoo fern. Mach ich, mach ich. Voodoo ist gefährlich, ne? So, Aspekt des Drachenfalken. Der ist neu, das ist die Steigerungsform. Das ist die Steigerungsform vom Aspekt des Falken. Deshalb tauschen wir den jetzt aus. Angriffskraft 230. Und der Ausweichschance wird erhöht. Deshalb. Das kommt dazu. Den Austausch. Ihr Heilen ist natürlich. Müsst du selbst. Der Arkaner Schuss. Und hier. Immer gucken, ob auch wirklich drin ist, die Erweiterung. Wenn du lange bist. Mehrfachschuss. Sieh mit. Sieh mit. Die Salve, guck, das ist doch sehr schön. Gerade bei Gegnergruppen im Nahkampf, wenn ihr eingekesselt seid, dann braucht ihr das. Und die Feuerbahnfalle müsste hier sein. Diese Feuerbahnfalle gegen einzelne Gegner. Und sieben. Gut. Okay. Das nächste Mal sehen wir uns wieder zu Level. 78 haben wir dann nur eins. Ja, aber würde ich mal sagen, 78. Wir sehen uns wieder zu Level 78. Wobei ich wahrscheinlich. Glücklicher Schussrang 2 ist wichtig. Gezielter Schuss ist wichtig. Der Ruf des Meisters. Euer Tier nimmt euch bewegungshemmende Maßnahmen weg. Bei der Aktivierung des Rufs des Meisters. Mal des Jägers. Was? Man muss fast 650. Was haben wir jetzt? Was? 143? Irgendwas verpasst. Rang 5. Mal des Jägers. Mal des Jägers. Mal des Jägers. Und hier kommt dann tatsächlich 650. Ich dachte, ich habe mich verlesen. Überlegt mal, wie viel das ist. Zwischendurch. Das muss ich mir natürlich. Das werde ich mir natürlich holen. Also lernen werde ich wahrscheinlich zwischendurch separat schon mal. Nur die Punkteverteilung machen wir dann wieder zusammen. Und dann kommen wir jetzt mal zu unseren Punkten im Unterschied zu Level 72 Quatsch, 70. Level 70 machen wir es jetzt mal. Letztes mal für Level 70 gelernt und lernen jetzt für Lernen. Dann ist ja Quatsch. Ist ja Wir aktivieren unsere Talente auf der Höhe von Level 74. Um hier hinzukommen. Hier will ich ja hin. Da will ich ja unbedingt rein. Und setze deshalb zwei Punkte in das Falkenauge mit rein. Was damit voll ist. Und die übrig verbliebenen möglichen zwei Punkte in die Fallenbeherrschung. Weil sie alleine schon unsere Feuerbrandfaller sprünft. auf jeden Fall zehn Prozent jetzt wahrscheinlich 20 Jahrhundert 20 Prozent Höher Macht mehr mehr Kraft gibt mehr Schaden mehr Schaden gibt. Hier kommen dann auch noch die nächsten die nächsten drei Punkte rein. Also hier dann einer und hier zwei. Ich gucke mal eventuell vielleicht mache ich es vorher schon oder oder wieder zusammen. Aber wir sehen uns wieder zu Level 78 und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen wünsche euch Gesundheit immer viel Spaß natürlich bleibt schön gesund ist das Wichtigste Tschüss ihr Lieben bis zum nächsten Mal. Jeden